Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und wir besiehnten uns hier in Life is Strange Episode 5 in einem Flashback, der irgendwie alle unsere Entscheidungen zusammenträgt. Draußen sind nur noch tote Vögel, die in der letzten Folge alle gegen die Wand geflogen sind. Und wir haben uns ein bisschen mit Mr. Jefferson unterhalten, der gleich kommt. Wir haben ihm unsere Liebe gestanden. Wir haben gesagt, dass das gut war, dass Chloe ist und es gab noch zwei Möglichkeiten, die ich gerne herausfinden möchte. Alles etwas wird hier. Natürlich. Dieses Mal möchte ich sagen, ich liebe dich. Sie möchten es nicht sagen. Ja. Komm. Natürlich, Max. I can capture you over and over. You can be my model for life. And death. We are going to be so happy together in the dark. Just make sure you stay pure. I won't like it if you get dirty like Rachel. Or Chloe. Gott, 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 Gott. Was ist das für eine Entscheidung, die du da nehmen kannst? Das ist viel zu krass, ey. So, nochmal. Yes, I know. So, alles überspringen. My Selfies are shit. My Selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes. You will be posing. For me. There's so many angles I want to expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. Ach, Gott. Ich glaube aber, mit der Antwort bleibe ich. Total hart, ey. Wir gehen mal weiter. Oh, shit. Was ist hier los? Oh, shit. Oh, sie. Sie sich selbst. Okay. Und da ist sie gesprungen. Stella Hill, Dana Ward. Das sind sie alle. Can I go back in time? Oh, Scheiße. Das ist Dana Hill. Alles, was wir denen angetan haben. Alle unsere Entscheidungen werden wir jetzt... Was ist alles falsch? Max Kauffield, sollen wir zu uns gehen? Hm. Victoria Chase. Wir können überall rein, ha? Hm. Okay. Steht ja alles dran. Was haben wir? Aber da... Was ist mit der... Mit dem Klo? Gehen wir doch einfach aufs Klo? Nein, das ist auch nichts. Schade. So, ich gucke noch mal auf die Karte. Ich möchte trotzdem noch mal zu Kate gehen. Wahrscheinlich passiert genau das gleiche wie sonst. Die Kate ist die 222. Nein. Kate. Es geht. Nichts. Dann gehen wir zu Victoria. Wir rennen jetzt. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh, da ist ein Schlüssel. Ding, ding, ding. Für die... 218. Und das sind die Schauers. Give me back, my cheese bitch. Hey. Das ist unser... Unser Schlüssel, ha? Die 218 waren... Nein. Und hier? Nichts. Gut, ich gehe einfach nur durch. Ich will ja nichts irgendwie in irgendeiner Art und Weise verpassen. Was ich ja so oder so schon zu Genüge getan habe. So, die 218. Wie sind die 219? Wo ist die 218? Die 218 ist hier. Wer war das? Wer war die 218? Dana Ward. Dann wollen wir mal... Was haben wir denn der alles getan? Hä? Oh. Äh, okay. Chloe. Is missing. TV-Lounge. Ist eingekringelt. Oh, da komme ich nicht hin. Rachel. Rachel. She was my... Angel. After my dad died, you moved. I felt abandoned. Okay. Rachel saved my life. Okay, okay, okay. I'm glad she was there for you. Six months ago. Nein, ändert sich nichts. She just left Arcadia. Okay. Without me. So, was ist denn jetzt hier? Häh? Before Rachel left, she said she met somebody and changed her life. And poof. Guck mal, das sind die ganzen Wehle da... Wehle. Wehle da draußen. Wehle. Was ist das so ein Wehle? Why the fuck are you very, very racist? Come on, she's not. All right, she's dead. Okay, wo soll ich als nächstes hin? Gab's da einen Hinweis? Was ist das so ein Wehle da ist? Äh. Tara, Garcia, wir sind raus. Merkt ihr das? In der 219 sind nicht mehr wir. Rachel Ambers ist auch da, hinter uns. Die hier ist ein ganz anderer jetzt auf einmal drin. Rachel Ambers. Gehen wir mal rein. Ah, ja. Ach du Gott. Wir sind Victoria. Max Caulfield. Jetzt sind wir Victoria. Also gehen wir mal. Victoria Chase Rules. Das heißt, wir gehen mal in unseren Raum. Dann gehen wir mal zu uns. Yeah. Okay, das sind wir eindeutig. Tausende von Bildern. Max Caulfield. Kate Marsh. Okay. Überall unsere Bilder. Gehen wir mal rein. Es geht zurück. Oh, schnell, schnell, schnell. Okay. Nein, keine Musik, die Gamer Musik. Läuft aber auch rückwärts. So hat es angefangen. Aber wir gehen vorwärts. Oh, da ist das Reh. Okay, wir sollen da lang zum Mr... Gott, so abgefahren. Oh, da ist das Reh. Nein. Oh, da taucht er ja auch auf. Max. Oops. You have to die, cunt. Na komm, bitch. Oh, ich sehe es halt nicht. Gut, ich gehe mal hier lang. Oh, shit. Kann man denn da... Ich sehe es halt nicht so gut. Shit, wer kommt näher? Jetzt sind sie schon zu zweit. Sag mal, ich muss doch da lang. Da kommt er die ganze Zeit. So, jetzt verstecken wir uns mal hier. Ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott. Schauen, wo es da lang geht. Maybe I'll be safe in the lighthouse. Maybe I'll wake up. Maybe, maybe not. Max. Okay, und ab geht's. Good evening, Blackwell. This is Principal Well. And I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Max. Shit. Komm, wir schaffen das. Shit. Will Max Caulfield please come to the darkroom immediately? I repeat, Max Caulfield to the darkroom now. Excuse me, can everybody hear me? Wir schaffen das, wir schaffen das. Und wenn du aware of the mouths of Miss Caulfield, please tie her up and inform me or David Madden. She's wanted for the death of Chloe Price and Rachel Amber. Thank you. Boah, geht das ab. Auch er nicht? Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play. Hey, hey. Disgusting. Hey, babe, babe. Who wants to go in? Do not gonna tell Max's parents that she's a nosy little bitch. Go in, 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 go in. The squirrels hate you. And they're hungry. I knew I should have given that scholarship to Victoria. Do you have a scarf I can borrow, Max? Shit. Come over here, young Max. 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 Where are you? Max, come out to play. Come out to play. Miss Price can't just show up at Blackwell in a wheelchair and think we're going to accommodate her everywhere. Oh, das war knapp. Komm ich hier hinten rum? Nein. Huh. Ach, du Scheiß. Bitte geht er weiter, ja. Hey, Max. Pretty fucking ironic, right? Oh, da ist schon wieder Mist. Mone Ass over here. I'm gonna cut you open, Freak. Those were my beans, Max. Those were my fucking beans, Max. Shit. Der kommt da lang. Was macht Mr. Jefferson? I sure hope you don't think we're buddies now. Wir gehen mal hier lang. If only you could have seen, Rachel. My blood spattered. Stop! So, das hat ja geklappt. Hier ist, ah, da ist er. Ich lasse die Flasche im Brust, mir egal. Okay, die kann man aber nehmen. Looks like there's still bottles to find. Oh, Joy. Okay. Ich mach mal hier ein Ende dieser Folge. Es... Es wird immer merkwürdiger hier. Und das Rumschleichen durch diese Gänge, durch Entscheidungen, was weiß ich. Wahnsinn, wie viel zieht jetzt nochmal ganz merkwürdig an das Ganze. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.